Herzlich Willkommen Es liegt an dir heute alle zu beeindrucken Mach uns stolz Also Heimer Oh nein, jetzt hab ich little a er so herzlich willkommen hier auf meinem kanal lk play 87 wir werden mal direkt starten hier rein ich habe jetzt leider vergessen die zwei klicks nach oben zu machen wir gucken mal wo wir stehen ja jetzt schauen wir mal wo wir stehen ich glaube auf 90 ist die stärke gerade lasst uns überraschen haben halt mal wieder ein super rennen vielleicht heute aber dann möchte ich wieder zwei klicks nach oben gehen wir müssen die punkte fahren wenn man um die meisterschaft die ist auf platz 1 müssen gucken was wir jetzt reißen können und und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, Platz 6 So, jetzt... Boah, ihr habt geangst, gehabt, dass ich reinfahre... Teamkollege auch auf Platz 4... Kommt gut hinterher, perfekt... Vielleicht war sogar die Schwierigkeitsstufe doch genau richtig... Weil ich schüttel ihn jetzt auch hier nicht ab oder so... Puh... Komm mal gerade so hinterher hier... Ich glaube, das ist... Hör mal auf fürs Hauptrum zu lassen... Ja, 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 das habe ich schon gesehen, dass ich da zu spät gebremst habe... Jetzt wird's interessant... Ja, 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 ja... 0,2... 0,2... Ist er hinter mir... Ich... Ich glaube, die Stärke passt... Ist perfekt... Ich glaube, die werden wir jetzt einfach mal so lassen... Wow, 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 wow... Jetzt, ah, jetzt, ah... Aber ich kann nicht vorbeikommen... Okay... Das ist gut ausgewogen... Puh... Oh, zu weit außen... Und er ist hinter mir... Wir lassen das so... Die Stärke ist perfekt... Wir lassen es auch so im Qualifying... Sechster Platz bis hierhin... Wirklich... Komplett gerechtfertigt... Oh, da ist er ein bisschen ins Struggeln gekommen... Ja, war okay, oder? Würde ich sagen... So, wie schnell haben wir die aufgeholt jetzt? 1,2... 1,6... 1,5... 1,7... Die ziehen mir weg, gell? 1,7... Und die ziehen mir weg, gell? So, meine gute Dings hier... Da hole ich ziemlich gut auf... 1,2... 1,3... 1,2... 1... 1,1... Sehr gut... Wir ziehen hier weg, okay... 5,5... 1,5... 2,3... 3,4... 3,4... 1,6... Es wird interessant. Also wir lassen jetzt die Stärke komplett so, würde ich sagen, auch im Qualifying, weil man sieht ja, ich komme nicht direkt ran, ich überhole nicht sofort, ist sehr gut ausgewogen. So, jetzt habe ich aber hier mal DAS, kann auch mal die schnellste Runde fahren. Ja, 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 ja. Oh, das war gut, das war sehr gut. Oh, das war gut, das war gut, das war gut. Oh, das war gut, das war gut. Oh, das war gut, das war gut. Das war gut, das war gut, das war gut. Ich habe ihn berührt, ja. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Oh, gab es kurz einen Ruckler? Oh, jetzt schon wieder? Mit dem PC gerade ein bisschen mehr arbeiten oder was hier? Oh, das war gut. Okay. Oh, das war gut. 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 Oh. 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 Oh, ich muss ja langsam jetzt vorbei kommen. jetzt gibt es dann halt für die pfeil die er zieht schon wieder davon ob wir werde ich auch nicht mehr bekommen ist glaube ich zu weit weg 15 runden nur noch glaubt das war es so jetzt es gibt es ja nicht oder jetzt vorbei sein neben mir noch verrückte vielleicht doch mal auf dem podium wird mal wieder guttun wo war Jetzt wird es wieder interessant, weil... Naja, gut, er ist schon ein bisschen weiter weg jetzt. Zu weit weg. Woo-hoo-hoo! Woo-hoo-hoo! Sehr schön, sehr schön! Gut, gut, gut! Gut, gut! Gut, gut, gut! Gut, gut! Gut, gut! Gut, gut! Gut, gut! Gut, gut! Gut! Gut, Kollege! Da habe ich gedacht, er zieht vielleicht doch nur rein. Aber er macht auch langsam Dunkels auf mich. Das ist doch nur noch... Na gut, zwei Funden noch! Gut! 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 ich glaube da ist ein reifenprobleme wir schließen zum vordermann auf, pass aber auf die reifen auf, wir machen keinen boxenstopp mehr wei, 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 wei 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 aaaaai, aiaiaiaiai Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Bleib ruhig dich. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald langlassen wird. Jetzt hab ich dich. Ach, das ist gar nicht Philipp Aldi. War noch besser. Ach, das ist gar nicht. Ach, das ist gar nicht. Ach, das ist gar nicht. 4,3 Sekunden hat er Vorsprung. Ach, das ist gar nicht. 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 Es wird sehr interessant hier. Jetzt bin ich auf Platz 2. Ja, Mann. Habe ich. Safe. So, Platz 1 ruft nach mir. Oh, er kommt jetzt. Nee. Gut, ich habe dich schon hart verteidigt, aber. Okay. 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 3,5. Das Sato lässt nicht locker. Immer noch 3,5 Abstand. Und. 3,3. 3,4. Okay. 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 2,8. 2,8. 1,8. 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 Oh, der hinter uns, der kommt auch schon wieder ran Also Ich glaube, ich lasse diese Stärke jetzt einfach Ein Sato, der fährt mir auch davon Ja, wir lassen die Stärke Er holt mich sogar jetzt gleich ein Der Vestie Ja, wir lassen die Stärke Jetzt passt alles Passt alles, so ist es Wir lassen die Stärke jetzt Ein Sato kriegen wir auch nicht mehr Auch nicht viel in 4,2 Sekunden Wir glauben, deine Reifen verlieren langsam am Rhythm Sei vorsichtig Oh, Gott Oh, oh, oh. 3,3, 3,4 hat sich so eingeblendet, ja. Mal habe ich eine schnelle Runde, mal hat er eine schnelle Runde. Das ist mir egal, dann ist das Rennen vorbei. Der war gut genommen. 3,4. Da kommen wir nicht mehr ran. Mal schauen, dass ich meinen Platz mit nach Hause nehme. Platz 2. 2,8, 2,7 hat er doch nochmal Probleme. Er kriegt ja doch nochmal Probleme. Wäre natürlich für mich, aber zu spät. Letzte Runde, los, letzte Runde. 2,6. 2,7. 2,5. Ja, das war's sonst ja. 2,4. Nope. Da geht nichts mehr. Das war's. Platz 2 ist doch gut, Platz 2 ist gut. Boah. Boah. Ja, wir sind auf dem Podium. Toller Job dieses Wochenende. Alter, was mit dem los? Ist der Spritausgang oder das? Ah. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. .